Also komplexe Leistung, war ja so definiert oder kann man so ausrechnen, komplexe Scheinleistung ist U mal I als Zeiger und das I muss konjunktiert komplex sein, damit das am Ende so richtig die Wirkleistung, Blindleistung und so ergibt. So und also wenn man einfach U und I hat und kann man das einsetzen, kann das ausrechnen, ist eigentlich kein Problem. Jetzt hat man ja manchmal so Schaltungen, wo zum Beispiel die Spannungsquelle gegeben ist und man kennt eine Impedanz. Ja und jetzt kann man natürlich dann den Strom ersetzen, kann sagen Stromzeiger kann ich auch ausrechnen als U durch Z, Spannung durch Impedanz und jetzt will ich ja hier nicht den Strom haben, sondern ich möchte den konjunkt komplexen Strom haben. Also muss ich hier konjunktiert, komplex konjugieren und hier auch. Ja und jetzt kann man sich überlegen auf dieser Seite, naja was passiert denn hier? Also wenn ich, ich habe hier eine komplexe Zahl, die hat einen Betrag und einen Phasenwinkel. Ja und was Betrag mal E hoch J Phi und ich habe hier auch irgendwas Betrag mal E hoch J irgendein anderes Phi. Und was macht so eine komplexe Konjugation? Die dreht den Phasenwinkel um, die macht aus dem positiven Phasenwinkel negativ und umgekehrt. So und was passiert hier, wenn ich zwei komplexe Zahlen durcheinander dividiere? Dann habe ich ja sozusagen die Division von zwei Potenzen. Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Also hier kommt raus Phi U minus Phi Z, wenn ich diese Division rechne. Ja und die, das, die komplexe Konjugation am Ende, die dreht nochmal das Vorzeichen um. So und also ob ich erst die Subtraktion rechne, der Phasenwinkel und dann das Vorzeichen umdrehe oder ich drehe erst bei jedem Einzelnen das Vorzeichen um. Äh, da muss ein Z hin. Und dividiere dann. Macht keinen Unterschied. Also hier kann ich diese Reihenfolge erst dividieren, dann komplexe Konjugationen oder erst komplexe Konjugationen und dann Divisionen, die kann ich vertauschen. So und jetzt kann ich das nehmen und kann das sozusagen hier einsetzen. Ja und dann kommt da raus U mal U konjugiert komplex. Schreibe ich erst mal so hin. Und dann mal eins durch Z Konjugiert komplex. So und U mal U konjugiert komplex ergibt, genau, ergibt Betragsverdrag, weil hier habe ich ja einmal das mit positiven Phasenwinkeln, einmal mit negativen Phasenwinkel Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. Dann addieren die sich genau zu Null. So also kommt daraus U Betrag zum Quadrat, deswegen jetzt hier ohne Strich drunter durch Z Konjugiert komplex. So und wenn man jetzt eben zum Beispiel sowas wie Wirkleistung ausrechnen möchte, dann ist die Wirkleistung der Realteil von dem komplexen S. Und jetzt müsste ich eben, wenn ich das hier einsetze, sagen, das ist der Realteil, erst mal so ganz pro Form angeschrieben, von U Quadrat durch Z Konjugiert komplex. Und jetzt kann man eben sagen, okay, das U Betragsverdrag, das ist ja real, hat ja überhaupt gar nichts Komplexes an sich. Und das kann ich einfach vor den Realteil ziehen und dann bleibt er eben über U Quadrat mal der Realteil von 1 durch Z Konjugiert komplex. So und jetzt, ja, also jetzt kann man, als Fehlerchen kann jetzt passieren, dass man sagt, naja, irgendwie so ist ja so die Formel, also nur zum Beispiel U Quadrat durch Z Konjugiert komplex. Und wenn ich von dem irgendwie den Realteil nehme, dann kommt da die Wirkleistung bei raus und deswegen könnte man fälschlicherweise, ja, vielleicht schreibe ich das, weil es falsch ist, gleich mal in rot hin. Also Achtung, ja, das ist eben nicht das Gleiche, wenn ich sagen würde U Quadrat durch Realteil von Z Konjugiert komplex. Also die Reihenfolge kann man nicht umtauschen. Also 1 durch eine komplexe Zahl da von der Realteil ist nicht wie 1 durch der Realteil von der komplexen Zahl. Ja, und die Formel, auch wenn die jetzt erstmal nicht so unklausibel aussieht, die ist aber falsch. Die funktioniert eben leider nicht, weil man hier nicht die Reihenfolge vertauschen kann. So, das war jetzt so in etwa erstmal die Frage, richtig? Nee, das ist, das ist der, okay, das ist aber die Vorgeschichte zu der Frage. Die Vorgeschichte zur Frage. Wie hat man dann die Gleichungen hergeleitet, die man eben quasi im Blatt verwendet, wenn man Zeiger gegeben hat? Ja. Dann habe ich aber hier eine Aufgabe richten Sie, in denen waren nicht die Zeiger, sondern die Beträge von Spannung, Strom und Strom. Und da konnte man das irgendwie ignorieren. Naja, also letztendlich muss man immer gucken, wenn man sich jetzt fragt, gilt solche Formel oder gilt sie nicht? Wann kann man wie welche Formel benutzen? Ich habe ja versucht, das jetzt hier auch gerade so ein bisschen herzuleiten. Also die Formel gilt immer, ja, die Formel hier hinten, so I ist U durch Z und mit dieser komplexen Konjugation, die gilt auch immer. Und dann kann ich die eben ineinander einsetzen und dann, also solange ich immer von Formeln ausgehe, die gelten, die äquivalent ineinander umformen und einsetzen, werden auch Formeln rauskommen, die gelten. Ja, aber das ist, also wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen mit Glück und Intuition versuche, direkt auf diese Formel zu kommen oder die mal so aus der Lameng hinschreibe, manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht. In dem Fall funktioniert es nicht. Ja, weil, weil, weil ich, also so, so müsste die Formel richtig sein, wenn ich sie so aufschreibe. Naja, wenn ich, wenn ich jetzt sowas rechne mit, also ich kann ja auch sagen, ähm, jetzt wieder in weiß, weil es, weil es prinzipiell wieder richtig ist, also ich kann natürlich auch so hinschreiben, ich mache mal einen Strich, Ja, also ich kann auch hinschreiben, S ist U mal I. So, also einfach Effektivwert der Spannung, Effektivwert des Stromes kommt diese Scheinleistung raus. Ja, so, und dann würde ich hier zum Beispiel sagen, also P ist, ähm, sozusagen U mal I oder S mal Kosinus Phi und Q wäre hier oben, Q wäre hier der Imaginärteil von dem S Ja, und hier könnte ich eben hinschreiben, Q ist S mal Sinus Phi. Und jetzt kann ich natürlich hier so ähnliche Späße machen und kann sagen, ähm, also I, meinetwegen ergibt sich auch wieder aus U durch Z, ja, und das ist jetzt auch, das sind auch keine komplexen Zeiger, das sind alles nur Beträge. Und weil ich ja hier nur Beträge habe, interessiert mich das mit der komplexen Konjugation auch nicht und jetzt könnte ich das da auch wieder einsetzen, ja, und könnte hier eben genauso schreiben, das ist U Quadrat durch Z und ich meine, dann könnte ich hier eben auch sagen, das ist, ähm, U Quadrat durch Z mal Kosinus Phi und das Kosinus Phi ist eigentlich der Phasenwinkel von diesem Z. Ja, ja, oder der Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom. Ähm, und dann, also, da kann das gut möglich sein, dass man da ein bisschen, also, weil man nicht auf komplexe Konjugation und sowas achten muss, dass man da ein bisschen, ähm, im Freier, sagen wir mal, diese Formeln arrangieren kann, aber zaubern kann man da auch nicht. Also, man muss auch immer von den Formeln ausgehen, die gelten und die äquivalent ineinander umformen. Also, hast du jetzt eine, eine, eine spezielle Formel, ein spezielles Beispiel, wo du sagst, warum, also, warum gilt die nicht, aber warum gilt diese andere? Okay, vielleicht, vielleicht nachher nochmal, ja, aber, ähm, tja, also, die gilt, die gilt und alles, was man sich daraus zusammenbaut. Ja, und, also, zum Beispiel, weil hier eben Stromkonjugokomplex steht und wenn ich dann für den Strom irgendwie was einsetze, kommt da Impedanzkonjugokomplex raus. Wenn ich das jetzt andersrum mache, ne, wenn ich sage, U ist Z mal I und jetzt das U hier so mit so einem sehr langen Pfeil hier einsetze, ja, dann kommt ja für das S raus, ähm, I Quadrat, ja, weil ich auch habe, ähm, I mal I konjugokomplex ergibt I Betragsquadrat mal Z. So, und, also, hier in der Formel U Quadrat durch Z ist das Z konjugokomplex, ja, hier bei I Quadrat mal Z ist das Z nicht konjugokomplex. Warum? Naja, weil ich das einmal hier komplexkonjugokomplex eingesetzt habe und hier eben einmal nicht. Ja, und da muss man, also, ist nicht so, weil das ein Z ist, ist das immer konjugokomplex und eine Admittanz wäre es eben nicht, sondern je nachdem, wie ich wo was einsetze. Und eigentlich ist es immer schlau, irgendwie zu versuchen, von der Grundformel auszugehen und dann einfach Sachen einzusetzen und herzuleiten. Ja, okay. Weitere Fragen zu diesem Themengebiet, wenn wir gerade schon mal hier irgendwie so ein paar Formeln zu komplexer Leistung an der Tafel haben? Nicht so richtig. Doch, da. Also, wann man, warum man mit Effektivwert, wie und warum nicht und sowas? Ja, okay. Also, wenn man jetzt diese Formel hier aufschreibt, so wie sie ist, dann müssen das alles Effektivwerte sein. Also, das, was wir jetzt hier haben, sind immer alles Effektivwerte. So, und warum möchte man ganz gerne da Effektivwerte haben? Weil die Formel dann so ähnlich aussieht, wie wenn ich einfach in der Gleichstromtechnik, ja, mit Gleichgrößen PSU mal I ausrechne. So, also, das ist ein Gleichstrom oder eine Gleichspannung, ein Gleichstrom, aus dem kann ich eine konstante Leistung ausrechnen. So, und wenn ich jetzt, also das ist so die Bedeutung vom Effektivwert, wenn ich eine Glühlampe habe. Also, ich habe aber im letzten Mal schon mal gesagt, dass ich den Campus sehr gern für Autos sternen würde. Also, wenn ich jetzt eine Glühlampe habe, was eine Ohmsche Last ist und ich betreibe die Glühlampe mit, sagen wir mal, 230 Volt Gleichspannung und da fließt irgendein Strom, dann kommt da irgendeine Leistung bei raus. So, und wenn ich jetzt die gleiche Glühlampe nicht an 230 Volt Gleichspannung betreibe, sondern an einer Wechselspannung, die einen Effektivwert hat von 230 Volt, dann wird die Glühlampe genauso hell leuchten oder dann wird in der Glühlampe, wird in der Ohmschen Last genau die gleiche Leistung umgesetzt. Das ist so die Idee von dem Effektivwert. So, und also für Gleichgrößen gilt diese Formel, wenn ich jetzt so zeitabhängige Größen habe, ja, eine Augenblicksleistung, kann ich eben ausrechnen aus U von T mal I von T kommt P von T raus. Ja, schreibe ich mal irgendwie hin mit Zeitfunktionen. So, und das hier oben ist dann eben einfach die Gleichung mit Zeigern. Und, tja, um jetzt das noch irgendwie miteinander zu verheiraten, also Zeigern heißt ja, unser U von T zum Beispiel ist so was wie Wurzel 2 mal ein Effektivwert mal Sinus oder Kosinus von Omega T plus irgendein Phasenwinkel. Ja, das ist wieder der Effektivwert. Effektivwert mal Wurzel 2 ergibt einen Spitzenwert, den könnte man auch irgendwie U-Dach nennen. Und, also das heißt, ja, so wie das hier steht, ne, Spitzenwert ist Wurzel 2 mal Effektivwert oder wenn ich das umdrehe, Effektivwert ist der Spitzenwert durch Wurzel 2. So, und das heißt, ich könnte jetzt auch wieder das hier in die Formel einsetzen oder sozusagen sinngemäß in die Formel einsetzen. Und dann kommt da raus, ich könnte eine Scheinleistung auch genauso ausrechnen aus Spitzenwert der Spannung durch Wurzel 2 mal Spitzenwert des Stromes durch Wurzel 2. So, und Wurzel 2 mal Wurzel 2 ergibt 2. Und dann könnte man eine Scheinleistung oder eine komplexe Scheinleistung auch aus Spitzenwert zeigern ausrechnen. Aber dann sieht die Formel einfach anders aus. Dann taucht in der Formel einfach noch ein durch 2 auf. Und diese durch 2 kommt eben vom 1 durch Wurzel 2 und nochmal 1 durch Wurzel 2 Umrechnung von einem Spitzenwert in einen Effektivwert. Das mit dem Komplex konjugiert, das bleibt schon drin. Also hier oben rechne ich ja eine komplexe Scheinleistung aus. Und hier unten habe ich jetzt ja nur im Prinzip eine Scheinleistung ausgerechnet. Ja, das sind ja hier sind ja überall alles keine Striche drunter. Also hier oben versuche ich mal hier noch für ein kleiner Zwischenzug zu quetschen. Vielleicht mal in einer anderen Farbe, dass es ein bisschen abhebt. Also hier könnte ich eben genauso sagen, ich nehme einen Spitzenwertzeiger der Spannung. Ich nehme einen Spitzenwertzeiger des Stromes. Den nehme ich konjugiert komplex und dann teile ich durch 2. Ja, und eben die, das hier sind Effektivwertzeiger und die kleinen mit Dach drüber wären Spitzenwertzeiger. Ja, und von daher, also im Prinzip total egal, ob man mit Effektivwerten oder Spitzenwerten rechnet, man muss jeweils richtig mit denen rechnen. Ja, wenn ich Effektivwerte nehme, muss ich die benutzen möchte, muss ich die Formel nehmen, die für Effektivwerte gilt. Nämlich diese da, wenn ich mit Spitzenwerten Leistung ausrechnen möchte, muss ich die Formel nehmen, die für Spitzenwerte gilt und muss am Ende praktisch die gleiche Formel nehmen und durch 2 teilen. Und dann ist es egal. Ja, aber wegen dieser Effektivwert entspricht eben einer sozusagen äquivalenten Gleichspannung, die die gleiche Leistung umsetzt oder einem Gleichstrom. Wenn man so misst, wenn ich ein Messgerät nehme und irgendwo Spannung messe, Strom messe, in den allermeisten Fällen wird mir das Messgerät eben einen Effektivwert anzeigen. Ja, und naja, und deshalb, wenn irgendwo von, weiß ich nicht, eine Spannung wurde gemessen, ja, oder wenn da 230 Volt steht oder dreiphasiges System mit 400 Volt oder so, dann schreit das immer schon sehr danach, dass da ein Effektivwert gegeben ist, weil 230 Volt ist eben der Effektivwert von unserem Energieversorgungsnetz und sowas. Ja, und wenn ich eben ein handelsübliches Multimeter nehme und das irgendwo ranhalte, zeigt mir das immer Effektivwerte an und keine Spitzenwerte. Ja, und genau, und wenn da irgendwo steht, Wurzel 2 mal irgendwas, naja, klar, dann ist Wurzel, das, was dahinter steht, ist der Effektivwert, das mal Wurzel 2 ergibt dann eben Spitzenwert. Ja, aber wenn ich so eine Funktion habe, wo irgendwie steht, irgendwas mal Sinus von Omega T, dann ist das, was vor dem Sinus steht, das ist die Amplitude, das ist der Spitzenwert. Ja, und wenn jetzt hier, keine Ahnung, wenn jetzt hier stehen würde 100 Volt oder sowas, dann ist 100 Volt der Spitzenwert. Wenn ich den Effektivwert haben will, müsste ich die 100 Volt nehmen und durch Wurzel 2 teilen, dann kommt eben 70,7 Volt oder so als Effektivwert raus. Ergibt sich so ein bisschen aus dem Kontext der Aufgabe. Ja, und in so Formeln wie jetzt hier oben, I ist U durch Z oder Z ist U durch I oder U ist Z mal I, ist natürlich auch im Prinzip egal. Ja, wenn ich hier einen Effektivwert einsetze für den Strom, wird ein Effektivwert, kommt ein Effektivwert für die Spannung raus. Wenn ich einen Spitzenwert für den Strom einsetze, kommt ein Spitzenwert für die Spannung raus. Ja, also das Ohmsche Gesetz im Komplexen gilt dann für beides, aber beide Größen müssen dann eben der vom gleichen Typus sein. So, jetzt ist ja dein Beispiel wieder eingefallen, ne? Ja, ich frage nur was. Für den Formalien. Ja. Wenn man in der Klausur so im rechten Fieber ist, dass man da jetzt mal vergisst, einen Strich unter das Blut zu setzen? Naja, solange das irgendwie immer noch einigermaßen richtig und sagen wir mal verständlich ist, ist das schon okay. Manchmal hängt es ja so ein bisschen davon ab. Ja, also so wie hier. Das ist schon irgendwie die gleiche Formel, aber also hier ist eben keine komplexe Konjugation, weil das ja auch keine komplexen Zeiger sind. Das sind ja einfach alles nur reelle Zahlen. Ja, und wenn ich jetzt eben irgendwie hinschreibe, naja, S mit Unterstrich ist U mit Unterstrich mal I mit Unterstrich und aber die komplexe Konjugation vergessen, würde ich schon sagen, das ist irgendwie falsch. Das ist schon irgendwie komisch, weil, naja, wenn ich die Formel mit komplexen Zeigern aufschreibe, dann muss der Strom komplex konjugiert sein, sonst funktioniert einfach die Formel nicht. Ja. Wenn ich aber jetzt andersrum, sagen wir mal, vielleicht die Formel aufschreibe, S ohne Unterstrich ist U ohne Unterstrich mal I ohne Unterstrich und ich mache eine komplexe Konjugation dran, dann könnte es sich ja andersherum vielleicht aus dem Zusammenhang ergeben, naja, okay, wenn da von einer komplexen Konjugation die Rede ist, dann macht das ja nur Sinn, wenn das Zeiger sind, also werden das wohl hoffentlich Zeiger sein. In dem Beispiel hat einfach jemand den Strich vergessen. Ja, also es ist vielleicht so allgemein und sehr pauschal gesagt, mal den Strich zu vergessen, ist mit Sicherheit nicht so schlimm, wie wenn man einen Strich wohin macht, wo eigentlich kein Strich hingehört. Ja, würde ich jetzt mal so pauschal behaupten. Und ich meine, wenn man, also, dass wir jetzt in Grundlagen Elektrotechnik sklavisch, zwanghaft, manisch und geradezu dogmatisch überall einen Strich drunter machen, wo eigentlich prinzipiell einen Strich drunter gehört, hat natürlich, sagen wir mal, auch so ein bisschen didaktische Gründe oder um eben zu zeigen, ganz offensichtlich hier, pass auf, das sind alles komplexe Größen, die wo einen Strich drunter sind. Ja, wenn wir mal später in irgendwelche, Lehrbücher und Bücher guckt zur theoretischen Elektrotechnik oder irgendwie über Feldtheorie oder irgendwas, wo es vielleicht ein bisschen intensiver um theoretische elektrotechnische Probleme geht, da ist ja praktisch jede Größe eine komplexe Größe. Da wird man ja beklopft, wenn man überall einen Strich drunter macht. Also macht da niemand einen Strich drunter. Ja, da ergibt es sich dann aus dem Zusammenhang, das ist jetzt was Komplexes oder das ist irgendwie nicht komplex, aber da macht niemand überall einen Strich drunter, weil dann, weil gefühlt dann überall ein Strich drunter wäre. Ja, dann verbraucht man zu viel Toner beim Drucken so. Dann müssen wir mal den Amazon Affiliate-Link für neue Tonerkartuschen bestellen mit schicken. Und ja, deshalb würde ich sagen, im Zweifel, wenn man hier und da einen Strich vergisst, ist das einigermaßen unkritisch.